hallo und recht herzlich willkommen hier zu einem neuen video von der gran gustofa ja leute heute sind wir hier mal eins bei den schafen ja denen geht es recht gut so weit wie ich sehen kann und die haben auch hier wolle produziert und die ich jetzt mal hier zum triggerkicken weg wäre okay zum trigger okay 1.352 euro so dann bringe ich ihn mal rüber ja ich hätte auch ein dings nehmen können aber nee ja hat sich ja gelohnt so dann schaue ich mal könnten wir wieder sauber gemacht werden ja die hier auch hoch so dann fahre ich einmal wo ist denn dann kann ich nicht wieder schnell die eierkartons einladen das wundert mich jetzt ach da sei er so dann werde ich mal hier die kühe so dann Zaubermann. Will das nicht? Hat doch sonst immer funktioniert. Hier. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich verstehe das gerade nicht? Mal geht's und mal geht's nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Und kippen das dann wieder aus. So, düsen mal zu den Schafen. Machen die auch schnell mal sauber. Irgendwie mag mich der Radler nicht. Ah, okay. So, mit O. Oh, Entschuldigung. Und wenn ich hier schon mal bin, dann kann ich ja auch gleich hier... mit sauber machen. Mal klappt es, mal funktioniert es nicht. Ah, jetzt. So. Und gleich hier bei dem Stall weitermachen. So. 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 Wenn ich schon mal hier bei den Kühen und so weiter bin, dann kann ich auch gleich mal wieder die Schweinen, da sieht es richtig krass aus. So. 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 Dann sind wir hier gleich bei dem Old Piggy Stall. So. 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 Ich weiß aber auch nicht warum das so ist. Ja, ich merke, hier sind wir nicht weg. Okay, lassen wir mal so. Fahren wir gleich für den nächsten und schieben auch gleich einmal durch, es ist ein Abwasch. Okay, das sind wir los. Das ist ein Abwasch. Das ist ein Abwasch. So, machen wir alles wieder runter. Wir bringen dann den mal hier wieder weg. Das ist ein Abwasch. Das ist ein Abwasch. Das war's für heute. Ich bin am überlegen, ob ich mir 9 hole. 9 Lader, weil der ist ja ein bisschen langsam. So, stelle ich die immer hier hin. So, dann sind wir eigentlich soweit fertig. Ja Leute, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.